Okay, äh, ich muss mich jetzt erstmal rächen am Bodo hier. Weil der hier mit seinem Team Blau meint, er müsste Gas geben. Auf jeden Fall. Boah. Das werde ich jetzt erst mal ändern. Du Gurg. Oh, fuck. Ach, falsche Person. Medic, 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 hallo. Danke. Ist gerade ein bisschen wichtig bei mir. Oh, fuck, jetzt ist mein Medic down, aber dafür habe ich ihn gerecht. Oh, ich liebe das, wenn ich als Medic einen töte. Naja, gut. Ach, da ist einer, den man heilen kann. War jetzt nicht so klar, oder? Da freut er mich. Ähm, wo bist denn du? Weißt du, an was mich das erinnert? Was? An die Kaldron-Kobaschi-Zeit. Ach, ja. Ach, lang, lang ist es her. Ja, leider. Zwölf gegen zehn, klingt fair. Nein, 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 nein. Was? Ach, von da. Fuck. Boah, wie die da gebunkert drinstehen. Ey, das ist doch krank. Natürlich war wieder Bodo Helfer. Schießt den Heavy doch im Kopf, Junge. Das tut nicht so schwer. Meine Fresse. Toll, jetzt habe ich hier... Ja, toll, Überladung. Da haben wir keine Chance. Das sollte dir klar sein, oder? Boah, wie lange hält denn diese Überladung noch? Dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance. Ja! Trotz Überladung. Ja, der Typ hatte keine Munition mehr. Was sollte ich machen? Ja, hab's gesehen. Ich so, na, mit Gurken hier, ähm, alte Kameraden hab da. Ja, der Kontrollpunkt, der gehört jetzt erstmal uns. Ah, da dominiert er. Scheiße. Rotes Oktoberfest. Ja, das ging nicht so gut. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Warum brenne ich denn immer noch? Ja, man brennt ganz schön lang, hier. Ja. Toll, jetzt sterbe ich auch noch. Zurecht, Bodo. Nein! Zurecht. Ist nicht dein Ernst. Oh doch. Was ist denn jetzt für ne Meute von euch in dem Laden? Ja, jetzt muss hier mal aufgeräumt werden, aber hallo. Was? Ihr flunkert doch. Schau mal, wie auf der Vulgarus da oben steht, ne? So lange hatte die das Ding nie im Leben. Den, den, den hier. Control Point. Aber hallo. Ja. Bin ich eigentlich der Einzige, der den hier sieht? Meine Fresse. Verpiss dich, Bodo. Ach. Nein, ich hatte keine Money mehr, du hast so ein Glück gehabt. Haha, mehr Gebäude zerstört als bisher. Ah, ja, du hält. Blub ist so toll. Blub ist toll und so. Nee. Geht. Ja, wir, ich sag doch, ich räche mich jetzt erst mal. Jo, hier, noch ist nicht aller Tage Abend, ne? Ja, doch, bei mir schon. Bei mir schon ganz schön dunkel. Vor allem für dich. Ich suche mir hier jetzt erst mal einen schicken Heavy. Ja, nein, komm zurück, Buur. Wo sind meine Heavys abgeblieben? Ach, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Egal. Nein, jetzt verge... Gebt ja nicht den Kontrollpunkt jetzt aus der Hand. Oh, ihr seid solche Gurken. Aber man muss das hier wieder selbst einnehmen. Offensichtlich ist hier... Oh, da kommt einer. Ah, den hab ich gerochen, hab ich den. Aber es hilft nichts. So, jetzt pass auf. Jetzt überrasche ich dich. Schnauze voll. Bodo. Da ist dann dein... So schnell hat dein Medic nämlich keine... Dein Heavy keine Chance mehr, wenn ich da mal da bin. Und wenn ich dich vernichtet habe. Weißt du, wie viele Leben ich hatte? Quasi nichts. Ja, aber quasi bin ich auch mal eben ganz schnell auf Platz 1 gerutscht. Mist. Ist das ein Fehler? Oder haben wir hier alle das gleiche Anzeigebild? Sind wir hier in so ein Gangtreffen geraten? Nee, ich glaub, du bist einfach nur ein Fehler. Das Sandwich hab ich. Ich bin ein Fehler, danke. Overtime. Nein. 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 Alter, sechs Leute von euch? Wir haben ein paar Kontrollpunkte. Ja, wir haben nur bis zum finalen Schlag gewartet, um euch so richtig zu demütigen. Oh, Tybi. Verschieß bitte nicht deine ganze Munition. Scheiße. Scheiße. Überrascht sie. Überrascht sie. Ja, 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 nein. Boom. So läuft's im Business. Yo, was ist denn mit dir passiert? Sag mal, 26 Punkte? Ja, ich sag doch, ich geh ab. Du hast dir wohl den Arsch offen. Ja, ich hab auch mehr als du. Von daher. Ah, toll. Jetzt haben wir immer noch keine Teams gewechselt. Nee, es ist ja auch irgendwie ausgeglichen. 1-1 halt jetzt, ne? Stell dir mal vor, meine heilerischen Fähigkeiten und du. Und du. Ja, wär schon ne Sache, ne? Wenn wir den Laden hier aufräumen würden. Ja, dann muss der Bodo halt jetzt erstmal down gehen. Ach. Und dann reden wir weiter. Weißt du was? Weißt du was? Jetzt hab ich die Schnurze voll. Willst du es jetzt richtig anpacken, hä? Jetzt probieren wir mal was anderes aus. Ich werd da schon wieder weggesnipert. Das hör ich doch aus 100 Meter Entfernung. Oh. Aber. Medic? Haben wir keine Medics da? Hallo? Doktor! Oh. Oh, wie kommt denn da jetzt da so einfach zu mir durch? Das gibt's doch nicht. Ey, blub. Tach, ja, das war auch ein Fail von mir. Bin mal gespannt, als was der Bodo jetzt unterwegs ist. Aber mich fertig machen kann. Wenn ich dich sehe, bist du platt. Hoffentlich. Ja, schön, dass du es erst mal sagen musst. So, hoffentlich. Sicher bist du dir offensichtlich nicht. Du musst erst sterben jetzt hier. Du langweilst mich, Slap. Hast mich jetzt oft genug erwischt. Irgendwann reicht's halt auch mal wieder. Und dich hab ich auch erwischt. Warst du Pyro? Ah, ja. Soviel zum Thema. Das wird hier alles gerade nichts. Ja, nee. Kannst du vollknicken. Ach, das warst du gar nicht, du. Ey, hallo, ich hab hier grad nen Bette. Haha, das warst du. Jetzt reicht's mir hier. Doktor! Irgendwas, um was kaputt zu machen. Boom! Wieder mal der Slap, ey. Das ist ein scheiß Sniper, ey. Kaum bin ich hier nicht mehr als Medi drin, funktioniert überhaupt nix mehr. Daran wird's liegen, ja. Finde ich hier... Boah, der Slap, der ist echt so gut. Warum verlieren wir jetzt eigentlich, äh... ...Kontrollpoint, okay. Halt, 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 halt. Boah, fuck. Uah, von hinten, so ne scheiß Scout. Wo kommt denn der her? Hab ich ihn, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ey, nicht, tu schon wieder. Und der Bodo geht erstmal down. Ja, doppelte Dominierung hier, oder was? Ja, dominated, Buah. Dominated. Das ist die Rache für das letzte Mal. Ist nicht dein Ernst. Oh, doch. Ach, komm, ich hab hier auch... Boah, scheiße, zwei Minuten. Bist du jetzt tot, oder? Ja, ich bin tot. Ist doch kacke. Das wollte ich gerade... Aber wenigstens dominiere ich auch wen. Das, äh... Das tröstet dich jetzt? Das tröstet dich jetzt? Ja. Ein bisschen. Und dass ich den Kontrollpunkt eingenommen hab. Boah, dieser Slap. Boah, was ist denn jetzt los? Jetzt rastet sie völlig aus. Ah, jetzt gibt's auf den Sack. Schön aufs Linke. Du musst ja glatt jetzt aufpassen, wenn sie hier schon wieder rausstürmen. Ey, wo kommst du denn her? Ja, du läufst doch auch nur um die Ecke und mit deinem Maschinengewehr schon im Anschlag. Ach, ich hab dich schon wieder erwischt? Cool. Das läuft doch schon heiß, bevor du überhaupt irgendwen siehst. Du, Drecksau. Wo snipert von wo snipert denn der immer? Ich seh den immer gar nicht. Ey, jetzt hab ich dich schon wieder nicht getötet. Du kannst mich nicht töten, Mann. Ich bin... Ich steh über dir. Weit über dir. Kannst du doch vergessen. Ah, das ist... Das ist ein toller Titel. Wolf vs. Bodo. Ey. Die Grat läuft echt gar nicht mehr. Hoho. Nein. Und ich hab's noch gehört. Scheiße. Schöner Double Kill. Aber wir dürfen das Ding jetzt hier trotzdem noch gewinnen. Wären wir ganz recht. Weil immerhin steht's 1-1. Das ist jetzt hier die finale Runde beim Duell Bodo vs. Wolf. Und ich hoffe, es gibt keine Überraschung. Da ist doch so ein... Ja, da... Oh, nee. Ey, du kommst auch... Nee. Da hat er! Also ich glaub, das Duell hab ich klar gewonnen. Ich steh witten im Raum und dann kommst du... Da schon schießen um die Ecke. Was ist denn das? Oh. Bäm! Und da haben wir's! Und jetzt slap... Verpiss dich! Das ist der immer noch nicht down. Das gibt's doch nicht! So, Revolution auch nochmal dominiert. Muss ich denn alles alleine machen? Ey. Der, ich geh mir die Munition aus. Dann hab ich ein Problem. Boah, so lange kann ich das gar nicht machen, ey. Jetzt werd ich dumm... Ja, ich hab Munition bekommen, wie auch immer. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Vom Medic, glaub ich. Vom Medic kann man Muni kriegen? Ich glaub schon, ne? Nein, jetzt hat er mich noch erwischt. Ich glaub das nicht. Toll, ich wollte dich töten. Aber wir kriegen das, wir kriegen das. Nein, wir kriegen das nicht! Nein! Nein! Ach, herrlich! Nein! Herrlich, herrlich, herrlich. Egal, mit 63 Punkten die klare Nummer 1 hier. Bodo, du hast drei Medaillen, mein Glückwunsch. Das war awesome! Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dafür gibt's nochmal Applaus. Ich sag, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass der Bodo mal wieder dabei war. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.